Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Key im Gaza-Krieg – Vorwürfe gegen israelische Armee KI im Konfliktgebiet – Bedenken hinsichtlich des israelischen Militäreinsatzes Im Kontext des anhaltenden Gaza-Konflikts werden ernstzunehmende Vorwürfe gegen die israelische Armee laut. Man wirft dir vor, künstliche Intelligenz KI in Kriegsgebieten einzusetzen. Experten aus dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, Menschenrechte und Ethik äußern Bedenken über diese angebliche Praxis. Nach Untersuchungen von Menschenrechtsgruppen und Quellen aus dem Verteidigungssektor wird behauptet, dass Israels Armee fortschrittliche KI-Technologien gegen die Bevölkerung des Gaza-Streifens einsetzen könnte. Dieses Vorgehen wäre potenziell völkerrechtswidrig und ethisch bedenklich. Eine genaue Definition und Abgrenzung von KI im Kriegseinsatz ist jedoch schwierig. Technologien, die auf künstlicher Intelligenz basieren, werden bereits heute in vielen Bereichen des Militärs genutzt – von Navigationssystemen bis hin zu Aufklärungsdrohnen. Es ist jedoch umstritten, inwieweit diese Geräte in direkte kriegerische Handlungen eingebunden sein dürfen. Es bestehen Befürchtungen, dass eine zunehmende Verwendung von KI im Konflikt dazu führen könnte, dass Entscheidungen über Leben und Tod zunehmend von Algorithmen statt von Menschenhand getroffen werden. Ein solcher Einsatz von KI wäre nicht nur ethisch problematisch, sondern würde auch bestehende Kriegsrechtsnormen untergraben. Die israelische Regierung hat bisher nicht auf diese Vorwürfe reagiert. Das Fehlen einer offiziellen Stellungnahme führt zu weiteren Spekulationen und verstärkt die Forderungen nach einer transparenten Untersuchung. Viele fordern die Einrichtung eines unabhängigen Gremiums, das den möglichen Einsatz dieser Technologien überwacht. Es ist unerlässlich zu betonen, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz im Kriegsgebiet und insbesondere gegenüber Zivilbevölkerung sorgfältig reguliert werden muss. Um das Risiko von Menschenrechtsverletzungen zu minimieren. Die internationale Gemeinschaft muss mehr denn je auf Technologieethik-Faspect achten und zusammenarbeiten, um den verantwortungsvollen Einsatz von KI in Konfliktgebieten zu gewährleisten. Autor Anita Farke, Samstag, 6. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.